Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben der Netz, willkommen in einer neuen Folge von Street Fighter 6 World Tour. Ich kann jetzt am Turnier teilnehmen. Darf ich jetzt also hier reingehen? Ähm. Was ist denn mit ihm los? Was soll ich machen? Ähm. Muss ich mit ihm nochmal reden? Ah, ich muss mich einfach bereithalten. Okay, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen in Fleischahl chillen. Dann können wir hier die Busstation aufbauen gehen. Station annehmen. Hilf Aron. Also. Bin dabei. Äh, was soll ich machen? Mit denen da, okay. Ah, fuck, das geht nicht, okay. Ich brich sie an und dann... ...hau ich ihn auf die Fresse. Ja. Ui. Sag mal. Es reicht sie aber mal. Ja. Und nochmal. Ja. Ja. Und ein drittes Mal. Sehr gut. Was kontern die mich denn die ganze Zeit? Sag mal. Ihr nervt. Ah, 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 ah. Fuck sie. Ja, ne. Aber ihr haltet in die Fresse rein. Ist auch okay. 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 Die Saks, ja, ist richtig. Für euch. Für mich nicht. Ich kann jetzt wieder eine Bushaltestelle aufbauen lassen. Okay. Und jetzt? Pflanziges Allheilmittel und 7000 Zenny. Gut. Okay. War das auch erledigt? Ähm. Statisten. Aber das hab ich ja schon. Okay. Egal. Probieres Scrap Heap. Scrap Heap. Keine Ahnung, wann ich das gemacht hab. Überlebe eine Zeit lang ohne Schaden zu nehmen. Angriffs Cancel. Lande ein Drive. Impact. Kartenpfeifen. Ringe. Lande eine Sechstreffer-Kombo. Die kann ich ja jetzt eigentlich easy machen. Wir gehen zurück nach Metro City. Ähm. Wir gehen aber zum Urban Park. Ich muss halt irgendwas machen, bis der andere sich da meldet. Bis Turnier. Ja. Jetzt ist die Frage... Wo... Ach, guck mal. Es ist sogar in der Nähe von hier. Super. Ne. Die U-Bahn brauch ich nicht. Drei... Drei Zenny hab ich bekommen. Super. Das hilft mir sicher weiter, ha? Na du, Ryan. Über die Sechstreffer-Kombo kann ich ja jetzt easy machen. Mit dem einen... Äh... Mit der einen Fähigkeit, die ich jetzt hab. Na komm. So. Fünf Sekunden hab ich gebraucht. Geht doch. Okay, dann die nächste Quest ist... Überlebe eine Zeit lang ohne Schaden zu nehmen. Wo... Wo ist das? Warte mal. Stadtgefahren-Seminar A. Ähm. Geht es nur in der Nacht? Kann das sein? Sonst gehen wir da noch zu diesem... Kenichi. Kann ich den auf der Karte markieren? Ne. Kann ich nicht. Oder wird er hier irgendwo sein? Den werd ich ja... schon finden. Ah, guck mal, da ist er. Stufe 35. Okay. Na dann. Das ist ein Best of Three. Okay. Voila. Er haut nicht schlecht rein. Und, komm, pack ihn nochmal. Mach einfach irgendwas. Ja, los. Oh, yes. Hier wird nix geblockt, mein Lieber. Erstanden. Er hat schon wieder geblockt. Ey. So, komm. K.O. Runde zwei. Was er das geblockt hat. Ey. Sag mal. Hab ich dich. Alter. Er lässt mir jetzt grad nicht wirklich viele Pausen, ha? Das nervt, dass der die ganze Zeit nur den Griff macht. So, jetzt bin ich dran mit dem Griff. Weißt du was? DJ. Komm mal her. Alter. Das nervt. Das nervt. Alter. Ich will nicht einen Energy Drink oder so nehmen. Ich will den so besiegen. Sehr gut. Ja, fuck. Er hatte doch 65 HP. Come on, ey. Dieser Scheiß-Track, ey. DJ, komm mal her. Okay. Jetzt blockt er einfach alles. Glaubst du ja nicht. Oh, ist gut. Dem haben wir auch nicht der Mensch gemacht, hä? Jetzt blockt er wieder die ganze Scheiße. Yeah. Und hau drauf. Sehr gut. Geht doch. Es geht doch. Parade-Handschuhe. Ja. Brauche ich nicht, aber egal. Habe ich jetzt die eine Mission abgeschlossen? Level 42. DJ auf Stufe 17. Da wartet noch eine Nachricht auf mich. Von Retsu. Aha. Ich kann wieder gegen Retsu kämpfen gehen. Kann das sein? Ich will aber erst mal das da noch sehen. Stadtgefahren-Seminar. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Ich glaube, das Turnier beginnt. Ich habe eine neue Nachricht. Ne, wieder von Retsu. Ich warte tagsüber in Neishal auf der Eisenbahnbrücke. Okay. Das ist okay. Ich gehe jetzt aber erst mal in meine Unterkunft. Mache Metro City zur Nacht. Und dann kann ich diese Mission abschließen gehen. Wunderbare Sache. Guck mal, das auch schön machen. Ich hoffe, mein Level ist mittlerweile gut genug, dass ich hier so viel Damage... Ja, komm, wir sehen. Aber im Fight wird es wahrscheinlich mehr so eine höhere Stufe haben. Ne. Ah, ne, warte mal. Okay. Das war ja jetzt eine ganz andere Quest, oder nicht? Aber ich habe es geschafft. Zum Glück einfach. Aber... Wo ist denn... Ach so, da oben ist es. Lol. Ja, okay. Dann gehen wir zum Urban Park. Und dann erledigen wir das schnell. Lande einen... Was für? Lande einen Drive Impact. Hä? Schatz, ich dachte, das ist jetzt die Quest. Lande zwei Sechstreffer-Kombo. Sagen wir mal, war halt lieber das. Was kann ich hier machen bei Alice? Was willst du? Was willst du, Alice? Lande drei Drive Impact. Okay. Einer. Na, komm. Come on, ey. Ah, fuck. Ich will eine Drive-Anzeige aus Versehen. Geleert. Na, egal. So, dann machen wir mal eine Drive-Anzeige wieder voll. Danke. Zwei. Sag mal. Drei. Jetzt war das auch erledigt. Mächtige Kiefer-Zerstörer. Okay. Ja, dann machen wir nochmal die Karte auf. Gehen zur Unterkunft. Weil zwei Sechstreffer-Kombos kriege ich ja auch hin. Da muss ich aber wieder Tag einstellen. Dann müssen wir, glaube ich, zum Stadion gehen. Genau. Ja, fast. Fast. Stadion. Wie mache ich denn die Quest fertig, dass ich da gegen einen mächtigen Kämpfer? Wie viel muss ich da machen? Einfach so viele wie möglich? Oder... Was ist hier der Sinn der Sache? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen es rausfinden. Da in der Nähe ist er, glaube ich, nochmal so ein mächtiger Kämpfer. Ja, ich bin schon dran vorbei. Kämpfer zuerst gegen den Drian. Na, komm. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Easy. Gut. Gold-Klumpen. Na, das ist ja nicht mal eine Belohnung. Ah, ich habe jetzt die Mission abgeschlossen. Okay. Der andere mächtige Kämpfer müsste dann hier unten irgendwo sein. Naja, aber ich glaube, er ist im Park drin. Ja. Das ist korrekt. Ach, super. Wirklich. Muss ich alles drum herum laufen. Dann da hinten irgendwo. Was ist es hier? 17 Zenny. Ja, wow. Dann hätte ich lieber keine gehabt als 17. Wo ist denn der andere? Der mächtige Kämpfer. Ist das hier hinten? Nee. Hä? Sag mal. Nee, der ist nicht im... Doch, der ist im Park drin. Aber... Die Frage ist halt... Wo ist er? Hast du noch was zum Verkaufen? Hilf... Nee, ich hilf dir nicht. Ich dachte, du hast was zum Verkaufen. Hier ist nichts. Ich, äh... Ich check's nicht ganz. Ähm... Ähm... Sind dem's ein scheiß Problem? Greif dir mich einfach an. Scheiß Krähen. Gar nix gibt's hier. Ja. Na, komm. Nicht einmal haben sie mich getroffen. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt gerne wissen... Wie ich da hinkomme. Ja, die hätten mich auch angegriffen. Komm mal her. Okay, yo. Also... Also... Ich hab das Gefühl, ich bin komplett am falschen Ort. Könnte es sein, dass dort die U-Bahn ist? Das kann natürlich sein. Weil... Ja, aber nee. Ach, weißt du was? Hat ja auch noch andere mächtige Kämpfer. Nächste ist, äh... Wo? Oder kann ich die Mission... ...aktivieren? Wären die mir dann angezeigt, oder... Was ist das? Ne, das ist Lernen in der Stadt. Muss ich nicht. Ach du Scheiße. Hier müsste jemand sein. Ähm... Ah, ich glaub, das könnte auf dem Gebäude sein. Was könnte das sein? Geh mal hoch. Sehr gut. Mach den Scheiß mal kaputt hier. Ah? Warum kann ich grad nix ausführen? Aha. Aber hier ist ja auch nichts. Respektive niemand. Ähm. Dann ist es das falsche Dach. Wo ist hier die andere Leiter? Glaub ich hier irgendwo. Hier drüben. Dann ist es da vielleicht auf dem... ...auf dem Dach von dem... ...Kanarien. Ja, genau hier oben. Oh, Stufe 30. Okay. 21.000 HP. Okay. Das ist, glaub ich... ...der Stil von... ...Wheel. Könnte das sein? Ach du Scheiße. Oh, das ist Marissa. Könnte natürlich auch Marissa sein. Schöne Kombo. Das ist scheißgeblocket die ganze Zeit. Komm, wir holen sie mal. Easy. Jetzt hör mal auf zu blocken. Verdammt nochmal. Ja, Mann. Holen wir sie nochmal. Komm. Oh, gleichzeitig haben wir den Javelin gemacht. Ach, shit. Jetzt habe ich nicht so viel Damage, wie... ...wie ich mir erhofft habe. Aber okay. Ja, komm. Jeder hat er geblockt. Ziemlich. Sehr gut. Ja, los. Ja, dem. Wann habe ich jetzt diese Mission endlich abgeschlossen? Immer noch nicht. Hä? Da muss ich gegen alle antreten. Ich glaube eher, dass es... ...die Quest. Naja. Egal. Ach, Alt-National. Äh... Schauen wir mal den zentralen Wasser. Aber die Brücke... ...de dort in der Nähe, wo wir den... ...Retsu... ...treffen können. Würde ich aber sagen, machen wir meinen nächsten Partner. Für heute ist Schluss. Isaac, danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss. Gemüse.